Galashow der Saison. Bellamy 2000 oder wie verführt man einen Playboy? Bitte küss mich. Vielleicht sollten wir... Was ist denn? Ich kippe! Hilfe! Halten Sie sich fest, ich komme! Ginette! Ginette! Nicht nur zu Lande und in der Luft, auch unter Wasser. Peter Alexander auf der Flucht. Vor den schönsten Frauen aller Kontinente. Da ist eine nackte Frau. Sie schwimmen ja fantastisch. Waren Sie vielleicht bei der Olympiade? Oh nein, ich war Callgirl in Venedig. Ich bitte Sie, was machen Sie denn? Ich kann doch nicht ohne Hemd in einer fremden Wohnung. Sie müssen ins Bett oder Sie bekommen eine Lungenhilf. Los, Hosen runter. Aber da habe ich doch gar keine Lunge. Sie haben wenig Erfahrung. Mit Autos? Naja, nicht sehr viel. Nein, ich meine Erfahrung im Küssen. Peter ist kein Liebesmuffel. Der nimmt nicht die von gestern. Aber diese Dame weiß bestimmt die Antwort auf die Frage, wie verführt man einen Playboy? Unser Erfolgsrezept ist der Sex. Also liefern wir Ihnen diesen Sex alle 14 Tage. Die Männer sind etwas primitiver. Die geben sich mit hübschen Formen zufrieden. Aber die Frauen, die brauchen ein Idol. Einen Playboy oder einen erregenden Bellamy. Bellamy a go go. Go 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 go. Bellamy, Bellamy a go go. Die Welt ist so, so ist sie. Deutschlands Showregisseur Nummer 1 lässt alle Puppen tanzen. Regisseur Michael Fleckhardt serviert Ihnen Liebe on the Minirocks. Wir sind gewissermaßen Leidensgenossen, hm? Kollegen. Sie werden ja nicht wieder Sexidee. Sicher, genau wie ich. Busen raus, Hüften raus, Beine raus und dann ist ein Akt. Sex, five, four, three, two, one. Sittenstolch, wie konnte dieser Kerl hier ins Haus kommen? Übergeben ihn der Polizei! So haben sie Peter Alexander bestimmt noch nie gesehen. Ich habe nämlich Angst vor Ihnen, allein in einem Schlafzimmer und ohne etwas anzuhaben. Oder verführt man so einen Playboy? Was haben Sie im Bett meiner Tochter zu suchen, Sie Ferkel? Sie kitzelt mich. Papa, ich bin unschuldig. Vera, Vera, die Frau, die so gut riecht. Schade um sie. Sie will immer mit James Bond ins Bett und der ist gerade verreist. Aua! Was soll das? Nicht doch! Liebe mit Umsteiger in Tokio, Wien, Paris und Rom. Ich will jetzt wissen, wie euer Sex ist. Ich verstehe. Auch ich möchte einiges von euch wissen. Boy, die ziehen mich aus! Peter, ich sage dir, du wirst jetzt ein blaues Wunder erleben. Schön. Es ist alles schön. Aaaaaaah! Peter Alexander und tausend süße Mädchen erwarten Sie bei Bellamy 2000, dem Film der 3000 Gags. Leben soll der Sex! Leben soll der Sex!